hey leute was geht willkommen zurück zu einem weiteren part the walking dead season 2 episode 2 mit clementine und ich musste gerade noch mal alles ab dem punkt spielen wo wir reingekommen sind und mit kenny geredet haben mit diesem komischen typen koch geredet haben der diese komischen boden für solchen gemacht hat was mir gerade bewusst wird der typ auf der brücke den ihr dingens getötet hat ich glaube der gehörte zu denen wenn das so ist das war mir vorher gar nicht bewusst ich habe jetzt halt eine kleine pause reingelegt also wenn es wirklich so ist dann kriegen wir echt richtig fette große probleme cousin jared's concert oktober 13 1998 also ich sehe schon das wird mal wieder wenn das wirklich mädchen ist also wenn das mädchen war dann wird als allererstes mal der koch ziemlich angepasst sein wo kann ich eigentlich damit zu fragen dann ja genau die haben genau dieselben peaches wie der typ auf der omen gerade das war so oft wie ist es wie konnte ich das noch nicht erkennen man klar dass du den gehörte das wird ein spaß es bedeutet dass du ein guter Dinge für die Menschen kannst du gut für dich auch aber das ist so das ist das ist das ist Ich würde dir ein paar Hilfe geben. Hier, Sarah. Du nimmst das und schraubst sie dort hin. Jaaaay! Ein Nacht. Du kennst ihn vorhin. Es muss unglaublich sehen ihn wieder. Als ich ihn kennengelerte... Na ja... Er ist so anders jetzt. Aber du musst dich so glücklich sein. Also, wie kennst du Kenny? Ich habe ihn in einem alten Restaurant gefunden, wenn du es glaubst. Du? Du solltest ihn dann gesehen haben. Perfekt! Jetzt brauchen wir den Topper. Wir hatten immer einen Angel drauf. Meine Familie fehlte nicht Weihnachten. Aber ich liebe die Dekorationen. Er klemmt einfach mal noch. Voller Blut ist er. Ach, ich brauche keine neuen Sachen. Geht noch total klar, finde ich. Das ist verrückt. Warum würden sie uns so weit folgen? Wir können sicher sein. Wir können sicher sein. Es ist eine Woche, man. Wir müssen rauskommen. Wir können sicher sein. Wir können sicher sein. Wir können sicher sein. Wir können uns zu schrauben. Was sie sind? Was sie sind? Ninjas? Wir können sicher sein. Wir können sicher sein. Wir können sicher sein. Nein! Wir können sicher sein. Wir können die Lichtern noch... Wir sind nicht die Hölle auf den Tag in die Hälfte. Wir können nicht gegebenen. Aber wir sind in Ordnung. Aber wir sind hier dafür wichtig. Elisabeth, oder? Ich weiß schon, dass es ein Problem gibt. Ich bin ein bisschen nervös. Ich kann gar nicht selbst ausfüllen. Wie soll ich ein Kind sein? Ich meine... Wie kann jeder jetzt? Alles ist so verdammt. Ich denke, es ist möglich. Wie Sie wissen? Na, ich bin noch hier. Bitte, bitte. Was passiert? Ich werde jemanden neue treffen. Sie kippt. Willst du hören? Das Essen schmeckt gut, hm? Es ist okay. Kann ich? Sie wird ein Rundler sein. Oh Gott, ich habe gesagt, dass sie jetzt nicht über die Rundler finden. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich kann nicht glauben, dass ich eine kleine Mädchen für ein Hinweis zu fragen werde. Aber ich glaube, dass nichts anders ist. Er wird dich nicht töten. Da ist mein Mann! Du bist okay, Baby? Ich bin okay, du big Dope. Danke, dass du mit ihr stehst. Kannst du dich fragen, den Walter-Guy, wann wir essen? Genau, die hat ja irgendwie... ...verkerbt mit einem anderen Typen. Ich liebe es, wenn du mich so nennen willst. Ich weiß, aber ich meine es. Ich liebe dich auch. Du kannst jetzt ein Rest. Oh Gott, schau an das. Schau an das. Ich habe so ein ganz mieses Gefühl, wie man es bei The Walking Dead immer so hart hat. Lalalala. Aber bitte, ich bin Clementine. Ich kann nicht sterben. Guck in dieses arme und schrägige Gesicht, was total traurig aussieht. Was hat es eigentlich gesagt? Wer meint, wie es geht? Oh, was? Warum kann ich eigentlich nichts benutzen? So, jetzt wird es ausgemacht. Ich habe doch eine CD aufgesammelt. Oder nicht. Ja, oder nicht. Ach. Habe ich jetzt nicht mit allen gesprochen? Wo muss ich jetzt hin? Nein. Niemand weiß. Wollen wir hier lang? Nein. Ach. Aufstoß. Ich muss irgendwas zum Dekorieren. Für oben. Richtig. Oh, Dekoration. Was ein lustiger Junge. Ein Dekorieren. Alles ist besser mit Dekorieren. Mwahaha. Wollt ihr mich jetzt irgendwie rollen oder so? Ich kann nirgends anders hin, richtig? Warte mal. Ja. Kann ich hier noch... Ah. Hier ist eine Box. Aha. Ich würde sagen, wir nehmen eine Menge. Ja. Angel. Sie sieht so cool. Schön. Schön. Ich liebte diese Zeit. Sie wissen, jetzt, dass deine Freunde hier sind, dieses Ort beginnt zu fühlen wie ein echtes Haus. Matthew und Walter sind fantastische Leute. Honestly, es ist gefährlich zu sein, aber sie können es nicht helfen. Wait, bis Sie treffen zu Matthew. Er ist ein echtes Charakter. Der erste Mal, er hat mich zu treffen, er hat mich zu Rita. Also, ich habe ihn Maddy. Wo ist Matthew? Oh, er hat mich zu gehen. Oh, er hat mich zu gehen. Er hat sich mit Walter und Walter vacationen hier. Er hat sich hier wieder zurück. Er hat sich schon wieder zurück. Oh, man. Ich wollte dich fragen, ob der Kenny ist anders zu dir? Ich habe ihn nicht kennenzulernen. Und ich bin schon überraschend. Er hat gute und schlechte Tage, wie alle anderen. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, er ist... ...struggling. Er sieht wie das gleiche olden Kenny zu mir. Oh. Das ist gut. Also, Sie haben drei gearbeitet. Kenny! Das ist gut. Ich habe ihn. Ich glaube, ich kann es manageieren, Ken. Ich habe ihn gesagt. Ich habe ihn. Oh, Mann. Ich hätte nicht sein Vulkan. Oder eine Z-Bombie nachdem jemand sehen würde. Oh, Scheiße. Oh, nö. Ich muss dich jetzt nicht wirklich entscheiden, oder? Ach, das ist doch gay. Ähm. Ich weiß, dass das nicht gut enden wird mit denen. Ich gehe jetzt rüber zurück. Ich habe gar nichts zu Kenny zu mir. So, was ist das Problem mit deinem Freund hier? Ja. Wir waren gerade über diesen Kenny. Was machst du von ihm, Clem? Sie sind sehr accommodatierend für ein paar Leute in einem großen Haus. Ich glaube ihn. Mit deinem Leben? Ich glaube so. Walter sagte mir, dass seine Familie stirbt. Das ist schrecklich. Ein Ding wie das kann einen Mann sehr schwer zerbrechen. Er hat seine ganze Familie verloren? Wife und Kind. Ich weiß ihn nicht so lange. Ich dachte, wir waren alte Freunde. Wir sind ein bisschen verabschiedet. Hey, da. Hey. Hope you like the food. Oh, it's... It's great. Thank you. Peaches and beans. Great for nutrition. Not too great on the way out, though, I tell ya. Hehehehehehehehe. Hehehehehehe. Hehehehe. Hehehehe. So, es Luke... ...and Nick. Luke and Nick. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends, that's all. So, what was your plan here? Hold out for the winter? Actually, we were thinking of moving on. Somewhere up north. You ever heard of a place called Wellington? Wellington? The hell is that? A place. What kind of place? A good one, Einstein. Yeah. It's in the north. Supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots of land, and cold ass winters, so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice. I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal with these guys, Clamp? Hey, fuck you, buddy. It's fine, Nick. We're not staying. She's staying. Huh? Excuse me? Kenny, stop. But- Luke is my friend. Gentlemen, please. There's no need for this. Now look, we've all had a long time. Oh my god, that's what's so- Oh my god. That's- Pass me that can, Duck. Duck? Who's Duck? Leave him alone, Luke. Hey, Clementine. Would you lend me a hand outside for a moment? Oh, god. Ich dachte, der Kenny wäre ganz okay, aber... Nope. Der Typ ist gefickt. Der kann nicht. Ah. Mmh, mmh. Ah, I'm sorry about that. You know, I used to be a teacher. And I remember what it's like to be caught in the middle of two clicks. I suspect they'll find common ground soon enough. It may take a little time. But that's just how these things work. Everything will be fine. Listen, relationships are like any machine. You don't throw them out when they break down. You get your hands dirty, and you grease the wheels. What do you say? Will you help me work on them? Everything will not be fine. Do you really think everyone can just get along? Yep, das denke ich nämlich auch. They say the world is over. But I'll tell you a secret. It's not. People are more political now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other. To empathize and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Steinbeck, have you read him? Nein. Well, we have plenty of time to catch you up on your reading. My partner Matthew is amassing quite the literature collection. I think you'll like him. Ah, God. In any case, the point is, as long as we have our wits about us, we can always make the right choice. Right? Right. 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 What's the matter, Clementine? Is there something you want to tell me? You can talk to me, Clem. There's almost nothing you could tell me that would surprise me. I can promise you that. I'm just worried about the people chasing us. You're safe now. Don't worry. Matthew will be back soon. And... Oh, my God. That's right. What are you two talking about? What? Oh, politics? The hell? Well, being from Florida, I would imagine you know all about politics, Kenny. Man, I know one advantage of living in the apocalypse is not dealing with that no more. I was just gonna check the windows round back before this storm hits. Give us a hand? Sure. Miss? This is the... 500 days of... Are you okay? I saw the house and... I have a family. We're starving. We live down there. Of course. Why don't you come in, Miss... Bonnie. Oh, my God. Walt, I don't know. You're just gonna let her in like that? It's fine, Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her. Right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? It's too dangerous. You can't let her in. Thank you. Really? But that storm will be on us soon. And I gotta get back to my family. Yep. I'll bring something out to you then. You don't have to do that. No, no, it's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put. I'll be right back. I have a little girl like you. How old are you, sweetie? None of your business. I'm sorry. I didn't mean nothing by it, hon. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. You too. Clam, go on inside and get to bed. Walt and I gotta talk for a second. Oh, jeez. Matthew wird nicht zurückkommen. Don't freak out. Hä? Was ist jetzt los? Los, lass uns ganz geheim hier in dieser Säule reden. Listen. Okay, I gotta tell you something. That guy on the bridge was Walters friend. Yep. Scheiße. Good. Verkackt. See, I knew something was off, so I asked Sarita about their friend. Now they're all worried he's not back yet. What are we gonna do? I don't know. Oh no. I don't think Walter knows yet. So we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he'd do if he found out. That's totally fucked. He finds out anyway. What if he finds out anyway? Well, then we're fucked. We'll just... We'll just deal with it then. Now, but you are, just try that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. It's with the other weapons. Okay. Well, go get rid of it. Now I'll find Walter and run interference. Oh, and, uh, keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? I got you. Oh, uh, there's nothing. Man, I just wanted to check and see if you're okay. You coming to tuck me in? Yeah, yeah, something like that. Nothing. Hey, if there's something going on, I wanna know. No, just go back to bed, Nick. I'm serious. You guys can talk to me. I know. It's, it's nothing. Really. Forget it. Look, Clem. Just go do that thing. Alright? Come on, Nick. Let's go find a beer or something. Good, fassen wir mal zusammen. Aus dem DLC kommt diese Gruppe, die wir zusammengeschlossen haben. Das ist wahrscheinlich die feindliche Gruppe von den neuen Leuten. Wir haben Kenny getroffen mit einer neuen Gruppe. Kenny ist komplett durchgeknallt. Wir haben den besten Freund von dem da getötet. Und? Er. Ah, Scheiße. Was ist das? Ich konnte es sehen. Ich konnte es sehen auf seinem Gesicht. Ich war nicht sicher dann. Aber jetzt... Es war uns. Es war unsere Schuld. Jesus. Ich... Ich fühle mich nicht gut. Nick! Oah! er ist eigentlich ein guter Typ er hat aber ist irgendwie echt verfickt schwierig es ist richtig er hat über meine Leben er war immer benötig er war immer noch45 er hat gesagt ich hab ihm gesagt wie soe ich passiert aber er gehört nicht sie beherrschung, all aber Madden immer noch was ist was passiert? du musst ihm erzählen was passiert? was passiert? Ich bin auf der Brücke. Sag mir, was du getan hast. Sag mir einfach, son. Sag mir, was geschah. Von einem Distanz sah es wie jemand. Ich dachte, er würde mich schrauben. Und ich... Ich schraub Matthew. Aber... Es passiert sehr schnell. Ich wusste nicht, ob ich ihn schraubte, aber ich schraubte. Und ich wollte nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann.